Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist Pfingstsonntag. Pfingstsonntag, Pfingstfest. Das Pfingstfest hat einen großen Vorteil, denn wenn man vom Weihnachtsfest spricht, dann sagen alle, oh, die Weihnächte, das war ein germanisches Fest, das darf man nicht sagen, man muss Christfest sagen. Oder manche feiern überhaupt kein Weihnachten. Ja, wenn man vom Osterfest spricht, dann heißt es, oh, die Astate war eine heidnische Gottheit, das darf man nicht mit Ostern in Verbindung bringen. Aber beim Pfingstfest ist das anders. Beim Pfingstfest gibt es erstmal so keine großen Einwände. Das darf man ganz einfach so sagen. Und das feiern wir heute auch im Gedenken an das, was in Jerusalem geschehen ist vor 2000 Jahren. Und ich lese dazu ein paar Verse aus Apostelschichte 2. Da steht, und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel wie eines gewaltigen Windes und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das ist zu Pfingsten vor 2000 Jahren geschehen. Da ist die Gemeinde Jesu begonnen. Ja, die hat dort ihren Anfang genommen und ist von dort aus in alle Welt gegangen. Der Geist Gottes, der sich damals auf die Jünger gelegt hat, gesetzt hat, der erschien ihnen wie Zungen, wie Feuerzungen, die sich auf sie gesetzt haben. Als der Heilige Geist sich auf Jesus herabgesenkt hat, da ist er gekommen wie eine Taube. Eine Taube kommt nach Hause. Der Heilige Geist fühlt sich wohl, weil er zu Christus gehört, weil er der Geist Christi ist, weil er der Geist Gottes ist. Christus ist Gott, deswegen fühlte sich der Heilige Geist da zu Hause symbolisiert wie eine Taube, die nach Hause kommt in ihren Schlag. So fühlte sich der Heilige Geist wohl, als er zu Christus kommt. Wenn er zu den Jüngern kommt, dann kommt er zerteilt wie von Feuer. Ja, der Heilige Geist setzt sich auf die Jünger. Wenn Gottes Geist in uns Menschen kommt, muss er uns reinigen. Ja, und das ist dieses reinigende Pfingstfeuer, wenn man so sagen will, im Geist und in Wahrheit. Ja, also kein echtes Feuer, was die Jünger verzehrt hätte. Aber im Unterschied zu Jesus kommt der Geist Gottes auf die Jünger hier zerteilt wie von Feuerzungen. Und dann werden sie alle voll des Heiligen Geistes, werden wiedergeboren. Ob ihnen das damals schon so bewusst war, ist nicht klar. Die ganze Sache war ja ohnehin äußerst überraschend für sie alle. Aber der Heilige Geist setzt sich auf sie und sie fangen an zu predigen mit anderen Sprachen, mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Die haben damals deswegen in Sprachen gesprochen, weil das Evangelium drauf und dran war, von Israel wegzugehen. Wohin denn? Na ja, zu den Heiden-Nationen, zu den Völkern der Welt. Und deswegen wurde das Wort Gottes und die Geheimnisse Gottes, ja, welche sind Christus, ja, und alles das, was mit Christus zusammenhängt, das ist das Geheimnis Gottes. Das haben die Jünger, zumindest also elf von ihnen, in verschiedenen Sprachen damals gepredigt, dass nämlich Gott seinen Sohn gesandt hat, unseren Herrn Jesus Christus, und dass die Juden ihn getötet haben, und dass er nach vorbedachtem Ratschluss wieder auferstanden ist und dass er allen, die an ihn glauben, zum Heiland und Gott wird, ja, und zum dem, der sie gerecht macht. Das ist der Sinn der Zungenrede, ja, der biblischen Zungenrede, Sprachenrede. Die Sprachenrede war ein Gerichtszeichen. Ein Gerichtszeichen an Israel, nach dem Motto, Gott redet gar nicht mehr zu Israel, nicht mehr in Hebräisch, ja, in der religiösen Hochsprache der damaligen Zeit, sondern Gott redet zu den Juden damals im Gericht, dadurch, dass er die Jünger hier in den Sprachen der unreinen Völker reden lässt, sprechen lässt. Warum? Weil Gott zu ihnen gehen wird und Israel verlassen wird, ja. Deswegen war das einerseits ein Segenszeichen für alle, die, die an Jesus geglaubt haben, weil sie da die großen Taten Gottes gehört haben, die er in Christus getan hat, ja, uns zum Heil. Und gleichzeitig war das ein Gerichtszeichen an Israel, dass Gott nämlich nicht mehr in Hebräisch gesprochen hat, sondern in fremden Sprachen zu allen Völkern der Welt. Ja, das ist der Sinn, der eigentliche Sinn der biblischen Zungenrede. Das hat nichts zu tun mit dem, was wir heute so an, ich sage immer gerne, an Gebrabbel hören, ja. Das hat mit der biblischen Zungenrede überhaupt nichts zu tun und ist eine große Verführung auch unter den Christen, die sich da breit gemacht hat, ja. Ich habe da eine ganze Reihe zu gemacht. Ich blende euch die auch mal hier oben ein, ja. Dann könnt ihr da, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das anschauen. Manche Videos sind sehr scharf, aber ich bin auch ein erklärter Gegner der Zungenrede, denn die Zungenrede hat aufgehört. Warum? Weil Gott jetzt wieder dabei ist, Israel zu sammeln. Die Zungenrede war aber ein Gerichtszeichen gegen Israel, ja. Paulus zitiert ja in 1. Korinther 14, glaube ich, zitiert er auch Jesaja, dass er sagt, ich will mit anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, zum Volk Israel. Und sie werden mich auch so nicht hören, ja. Also die Zungenrede war, die biblische Zungenrede war ein Gerichtszeichen an Israel. Aber heute leben wir in einer Zeit, wo Gott Israel wieder sammelt. Da ist die Zungenrede vollkommen deplatziert, ja. Die passt da überhaupt nicht hin. Und das, was da an unverständlichen Lauten von sich gegeben wird, das hat eher mit irgendwelchen schamanischen oder animalischen Kulten und Religionen zu tun, als mit dem Evangelium Jesu. Ja, Gott hat immer deutlich und klar gesprochen, ja. Gott sprach und es stand da. So hat Gott die Welt geschaffen. Christus ist das Wort Gottes, ja. Das war immer klar und deutlich. Wie wird sich jemand rüsten, wenn die Posaune keinen klaren Ton gibt, ja. Und da gehört auch zu, die Zungenrede biblisch einzuordnen, in ihrem biblischen Umfeld. Was ich aber heute gerne auch erwähnen möchte und nicht vergessen möchte, ist, dass wir noch ein solches Pfingsten vor uns haben. Denn die Bibel verheißt, dass die Stadt Jerusalem noch mal Wiedergeburt erleben wird in der Endzeit. Ich nenne das die Wiedergeburt Jerusalems. Jerusalem wird noch mal in Wehen kommen. Diese Wehen bestehen aus den Ängsten der in Jerusalem eingeschlossenen Bevölkerung, wenn sie denn belagert werden von einem Heer, ja, von einem ausländischen Heer. Und dazu sagt Zacharja, es wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, dass die zum Glauben und zur Wiedergeburt kommen, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr, ja. Das heißt also, Jerusalem wird belagert werden von einem Heer. Die Tochter Zion kommt in Wehen in dieser Belagerung und gebiert. Aber Jerusalem gebiert nicht, weil sie belagert worden ist, ja, weil die Stadt belagert worden wäre, sondern Jerusalem gebiert, weil Gott seinen Geist gibt, ja. Das, sagt Zacharja, wird nicht geschehen durch Heer, also durch ein Heer, ein fremdes Heer, oder durch äußere Kraft, äußere Einwirkungen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, ja. Das ist etwas, was zu tun hat in dem, glaube ich, vierten Nachtgesicht von Zacharja, vierte oder fünfte Nachtgesicht, wo Zacharja einen Leuchter sieht mit zwei Ölbäumen rechts und links, ja. Und dann staunt der Zacharja und sagt, was ist das? Und der Engel sagt zu Zacharja, weißt du nicht, was das ist? Musst du doch wissen, du bist doch ein Prophet, ja. So wie Jesus zu Nikodemus sagt, warum weißt du nichts von der Wiedergeburt, ja. Du bist doch Lehrer Israels, so sagt damals dann der Engel zu Zacharja, weißt du nicht, was das ist? Und Zacharja sagt nein. Und dann sagt der Engel, das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Was sieht Zacharja dort? Er sieht die Leibesgemeinde Jesu. Die besteht aus Ölbaum, aus einem Leuchter und wieder aus einem Ölbaum. Warum? Weil die Leibesgemeinde Jesu begonnen hat in Israel, speziell in Jerusalem, Ölbaum, dann zu den Heiden ging, zu den Nationen, Leuchter, der durch das Öl des Ölbaums der Welt Licht gibt, durch das Evangelium, ja. Das hellenlische Evangelium scheint unter den Nationen. Und am Ende der Zeit geht das Evangelium wieder nach Hause, da wo es herkam, nach Jerusalem. Und in Jerusalem wird Wiedergeburt geschehen. Die Tochter Zion kommt in Wehen und gebiert. Das ist das, was uns in unserer Eschatologie gemeinhin fehlt. Die meisten Pastoren, die ihr seht, also 99,5 Prozent würde ich mal sagen, vielleicht noch mehr, die sagen, die Entrückung kann jederzeit, sofort und ohne vorherige Ankündigung geschehen. Das glaube ich nicht. Und Paulus sagt das auch, bevor diese Dinge geschehen, wie die Entrückung, muss Jerusalem noch zur Wiedergeburt kommen. Die Stadt Jerusalem muss noch mal Pfingsten erleben. Das ist das, wo ich jedes Jahr Pfingsten dran denke und auch sonst unterjährig, immer wieder daran denke, an diese Wiedergeburt Jerusalems, die noch bevorsteht. Und das Interessante ist dabei, dass man ohne die Kenntnis über die Wiedergeburt Jerusalems für die Endzeit keine belastbaren Aussagen machen kann. Warum? Weil wir bisher nur zwei Stichtage haben. Wir kennen nur den Tag der Entrückung, von dem niemand weiß, wann der sein wird. Wir wissen nur von Paulus, dass der kommt. Das ist an einem ganz bestimmten Tag. Und wir kennen den Tag des Herrn, den Tag, wenn Christus in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg kommt. Um die Sünden von Jakob wegzunehmen. Römer 11. Das sind die beiden Tage, die wir für die Endzeit kennen. Wenn wir aber wissen von dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems, dann haben wir drei Stichtage für die Endzeit. Und dann können wir ganz viele Bibelstellen, die mit der Endzeit zu tun haben, plötzlich auch ordentlich zuordnen, diesen drei Ereignissen. Und dann wird die ganze Sache auch rund. Wenn wir aber von diesem Tag nichts wissen, dann müssen wir versuchen, die endzeitlichen Ereignisse nur mit zwei Stichtagen zu erklären. Und das ist regelmäßig schiefgegangen und geht noch immer schief. Das Erstaunliche dabei ist, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, dann geschieht dasselbe wie zu Pfingsten. Mit einer Ausnahme. Sie werden dann nicht in Zungen reden. Warum nicht? Naja, weil das Evangelium gerade nach Hause gekommen ist. Sie müssten eigentlich dann in Hebräisch alle reden. Ja, das tun sie ja heute schon. Ja, die werden dann zum Glauben an Jesus Christus kommen, aber werden keine Zungenrede mehr ausüben, wie das vor 2000 Jahren gewesen ist, als Gott ja sein Volk Israel, sein damaliges Volk Israel verlassen hat und zu den Heidenvölkern gegangen ist, sondern bei diesem endzeitlichen Pfingstfest, in Anführungsstrichen, wo Gott seinen Geist wieder auf diese Stadt ausgießen wird zum zweiten Mal, da werden sie nicht in Zungen reden, weil das Evangelium ja gerade nach Hause gekommen ist. Ja, kann man das verstehen? Ja, ist nicht so schwer. Das heißt also, das, was wir vor 2000 Jahren schon mal erlebt haben in Jerusalem, das kommt nochmal. Wenn aber die Stadt Jerusalem oder die Bürger, die dann in Jerusalem sind, an Jesus Christus glauben, dann gehören die ja zur Gemeinde Jesu. Ja, genauso wie wir. Natürlich. Sogar noch mehr, wenn man das so sagen will, weil denen die Verheißung geschehen ist. Weil von dieser Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit steht schon im Alten Testament. Darüber habe ich ganz, ganz viele Videos gemacht. Also ich glaube, mittlerweile sind es weit über 400 Videos, die sich mit diesen Themen im Detail beschäftigen. Jesaja 7, Vers 14, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Ja, oder siehe, die junge Frau schwanger. So steht im Hebräischen eigentlich. Und auch diesen Vers, Jesaja 7, Vers 14, kann man nur erklären, wenn man von der Wiedergeburt Jerusalems weiß. Von dem zweiten Pfingsten der Stadt Jerusalem. Ja, allerdings ohne Zungenrede. Ja, um das nochmal auch deutlich zu sagen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir das wissen. Weil mit dieser Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems, da kann man so viele Bibelstellen plötzlich erklären. Ja, man kann das Gebet Hiskias erklären in 2. Könige 19. Man kann Jesaja 7, Vers 14 erklären, siehe, die junge Frau schwanger. Man kann viele Bibelstellen in Jeremia erklären, wenn Jeremia während der Belagerung durch die Babylonier Männer sieht, mit Händen auf ihren Hüften, wie Frauen in Kindsnöten. Man versteht, warum Jesus für die Endzeit von Wehen spricht. Ja, er sagt ja, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei und von teurer Zeit und von Seuchen und von Erdbeben hier und da. Das alles muss zuerst geschehen, erschreckt nicht. Das alles sind die Anfänge der Wehen. Und diese Wehen dauern keine 2000 Jahre, wie die sogenannten Wehen des Messias. Ja, das ist ein Ausdruck aus dem Talmud. Das kennt die Bibel nicht. Ja, die Bibel kennt keine Wehen des Messias. Die Bibel kennt auch keine Wehen, die seit 150 Jahren zugange wären, während derer die Juden wieder nach Israel zurückträufeln, in einer sogenannten Aliyah. Das sind auch nicht Wehen, sondern Wehen sind ganz konkret, wenn Jerusalem belagert wird, dann kommt die junge Frau Zion in Wehen. Und wenn jemand in Wehen kommt, dann kommt Geburt. Das ist immer so. Ja, das ist schon immer so gewesen. Also wenn Frauen in Wehen kommen, dann ist zu erwarten, dass in den nächsten Minuten oder Stunden ein Kind zur Welt kommt. Wenn aber jetzt Zion in Wehen kommt, dann würde ja Zion gebären. Genau. Dann würde also Jerusalem zur Wiedergeburt finden. Dann würde das Evangelium Jesu Christi aus der Hauptstadt des Judentums gepredigt werden, der ganzen Welt. Genau. Das ist das, was kommt. Wenn aber Jerusalem in der letzten Zeit wiedergeboren wird oder die Menschen, die dort drin sind, das wird zum allergrößten Teil werden das Juden sein, die zum Glauben an Jesus kommen, an den Messias, dann gehören die ja zur Gemeinde Jesu. Natürlich. Dann ist bis dahin auch noch keine Entrückung geschehen. Ja, denn es gibt nur eine Entrückung, denn der Leib Jesu Christi ist nicht zerteilt. Erste Gründer, was ist das, Abendmahl, Kapitel 10. Es gibt nur eine Entrückung der einen Leibesgemeinde Jesu und die wird nicht entrückt, bevor sie vollständig ist. Wenn aber Jerusalem zur Leibesgemeinde Jesu noch dazugehört, so wie auch der Anfang in Jerusalem war, Ölbaum, Leuchter, Ölbaum, dann ist bis dahin keine Entrückung. Dann würden die Menschen, die an Jesus glauben, das vor der Entrückung noch erleben, wenn sie dann noch am Leben sind. Das heißt, wir würden sehen, wie Israel zerbricht in zwei Teile. Wir würden sehen, wie Jerusalem belagert wird. Die Tochter Zion kommt dann in Wehen und wir würden sehen, wie Jerusalem sich an einem einzigen Tag zum Glauben an Jesus Christus bekehrt. Dann werden sie sehen, den, in den sie gestochen haben. Ja, das vielleicht zum Schluss. Immer, wenn ihr hört von dieser Sahaja-Stelle, sie werden den sehen, in den sie gestochen haben, dann wird euch regelmäßig erzählt, dass Israel in der Endzeit zum Glauben kommt. Ja, das steht da aber nicht. Da steht, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, die werden den sehen, in den sie gestochen haben. Ja, nicht ganz Israel. Nein, wer? Naja, nur die Bürger zu Jerusalem, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, die in Jerusalem eingeschlossen sind, nur die werden Jesus erkennen. Und für die gilt diese Verheißung, weil die junge Frau schwanger. Jesaja 7, Vers 14. Und ihr könnt das auch daran sehen, dass die Jünger ja am See Genezareth waren und dort Jesus getroffen haben. Und Jesus schickt sie wieder hinauf nach Jerusalem. Und sagt zu ihnen, geht nach Jerusalem hinauf und wartet dort auf die Verheißung. Auf welche Verheißung? Naja, auf die Verheißung aus Jesaja 7. Auf die Verheißung aus 2. Könige 19. Auf die Verheißung aus Jesaja 66. Dass in Jerusalem Geburt geschehen wird. Ja, aber hat Gott seinen Geist denn nicht auf ganz Israel ausgegossen damals? Nein, hat er nicht. Ja, auf wen hat denn Gott seinen Geist damals ausgegossen? Ja, nur auf Jerusalem. Deswegen sollten ja die Jünger vom See Genezareth wieder hinauf gehen nach Jerusalem und dort warten. Ja, das war die Aussage Jesu. Und da könnt ihr schon sehen, dass der Geist Gottes beim ersten Pfingsten vor 2.000 Jahren nur auf Jerusalem ausgegossen wurde. Und so wird es in der Endzeit auch wieder sein. Das ist das, woran ich denke, wenn ich heute an den Pfingstsonntag denke. Wir genießen natürlich auch dieses herrliche Wetter. Das ist ja ganz wunderschön. Und da geht ja auch die Seele auf und freut sich. Und genauso freuen wir uns daran, dass wir wissen dürfen von der Wiedergeburt Jerusalems, die kommen wird. Und dieses Pfingstfest wird sich wiederholen, bis, wie gesagt, bis auf die Sache mit der Zungenrede. Das wird nicht mehr kommen. Das war damals, weil das ein Gerichtszeichen gegen Israel war. Und das Signal, dass Gott zu den Heiden gehen würde, zu den Nationen, zu den Völkern der Welt und deswegen sein Wort auch in diesen Sprachen dann von den Jüngern hat predigen lassen. Und ihr seht zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 2, dass elf der Apostel oder zehn der Apostel, die da noch übrig waren, die haben in den verschiedenen Sprachen der Völker gesprochen, die damals in Jerusalem versammelt gewesen sind. Und der Petrus hat das ausgelegt. So wie Paulus ja auch nachher sagt, die Zungenrede muss ausgelegt werden. Das heißt, der Petrus hat als Apostel der Beschneidung das den Juden übersetzt und sagt, diese sind nicht trunken, wie erwähnet. Sintemal, es ist erst die neunte Stunde oder dritte Stunde irgendwo. Also ich zitiere immer nach der alten Lutherbibel. Aber daran kann man sehen, dass das begrenzt war damals auf Jerusalem. Und in der Endzeit wird es wieder begrenzt sein auf Jerusalem. Und deswegen nenne ich das die Wiedergeburt Jerusalems. Das wird kommen, das muss kommen. Die Propheten sprechen durchgängig durch die Bibel davon. Und ich freue mich, dass auch der ein oder andere Theologe langsam sich mit dem Thema auch beschäftigt. Viele lehnen das immer noch ab. Die wollen das überhaupt nicht wahrhaben, weil das ihr komplettes Narrativ zerstört. Aber das ändert ja nichts daran, dass das in der Bibel steht. Und ich freue mich besonders, dass viele meiner Zuhörer das nachvollziehen können und verstehen können. Es ist auch nicht so schwer zu verstehen. Deswegen ist mir eigentlich auch nicht verständlich, warum die professionellen Bibelleser da so ein Problem mit haben. außer dass sie natürlich sich korrigieren müssten. Und das wäre natürlich fatal. Das macht auch niemand gerne. Und ich erinnere mich selber auch immer wieder daran, dass auch Nicodemus Monate und vielleicht Jahre gebraucht hat, bis er sich dazu durchringen konnte, dass im Alten Testament steht, dass Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat und dass das ein Bild war auf Christus, der am Kreuz von Golgatha zur Sünde, zur Schlange, zur Sünde gemacht wurde für uns. Das hat monatelang und jahrelang gedauert bei dem Nicodemus. Und ich warte jetzt auch schon viele Jahre darauf. Und mal gucken, vielleicht bewegt sich der eine oder andere ja noch und hat den Mut, nach vorne zu gehen und zu sagen, das, was da steht in der Bibel über die Wiedergeburt Jerusalems, das ist so, das stimmt, das würde mich sehr freuen. Warum? Weil ich glaube, die Zeit rückt sehr vorwärts. Also wir sehen im Nahen Osten einiges passieren. Viele sind auch unruhig. Viele hoffen und warten dringendst auf die Entrückung. Da muss ich euch enttäuschen. Die Entrückung wird so schnell nicht kommen. Ja, das wird noch dauern. Und um es mal einfach ganz frank und frei zu sagen, mindestens von heute noch sieben Jahre. Und vielleicht sollten wir uns gar nicht so sehr auf die Entrückung kaprizieren, sondern einfach auf unseren Auftrag als Christen, das Evangelium in die Welt zu geben, unsere Arbeit ordentlich zu verrichten, Zeugnis zu sein für die Welt und dem Herrn Jesus Christus entsprechend und passend zu leben. Darauf sollten wir uns konzentrieren und nicht auf eine plötzliche Entrückung. Das ist unnüchtern, auf so eine plötzliche, unvorbereitete Entrückung zu hoffen. Paulus hat das den Thessalonischen gegenüber auch als unnüchtern eingestuft und er hat sie getadelt. Er hat gesagt, seid nicht so unnüchtern dabei. Ihr wisst, da müssen vorher noch Dinge kommen. Da kommt noch die Apostasie, der Abfall des Nordens vom Süden Israels, der Zerbruch des Landes, des Staates Israel. Ich meine, dass wir den schon erkennen könnten. Und es kommt das Offenbarwerden des Antichristen. Und dann kommt der Tag des Herrn. Aber wie gesagt, habe ich schon viele Videos darüber gemacht. Ich freue mich einfach darüber, dass wir das wissen können, weil mit dieser Kenntnis wird so sehr viel verständlich im Neuen und im Alten Testament. Und man sieht, dass die Bibel wahr ist und dass wir in guten Händen sind. Weil wenn das wahr ist, dann ist auch wahr, dass Jesus Christus unser guter Hirte ist und dass er einen Weg hat für uns, den wir gehen können. Egal, wie es jetzt nach außen vielleicht aussieht. Viele werden vielleicht in so Zeiten wie jetzt auch Sorge und Angst haben um Insolvenz. Das ist etwas, was kritisch und schlimm ist und schwierig. Und die Regierung ist ja auch dabei, nach Kräften unser Geld mit vollen Händen auszugeben und uns alle komplett systematisch zu verschulden. Das haben wir schon zweimal gehabt. Das kommt gerade wieder. Und da macht man sich schon Sorgen. Das kann ich schon verstehen. Aber Gott hat versprochen, dass er uns da durchführt. Und das wird er auch tun. Und in dem Vertrauen gehen wir einfach mal ganz wohlgemut unseren Weg und sagen, Day by Day, Tag für Tag. Dazu wünsche ich euch ganz viel Kraft, viel Segen, viel Glaubens. Trotz einen langen Atem wünsche ich euch und uns allen. Und wir stehen einfach im Gebet einig zusammen und gehen einfach unseren Weg mit unserem Herrn Jesus Christus und freuen uns an seinem Wort. Das war eine kurzen Worte zu diesem wunderschönen Tag heute. Pfingstfest 2023 im Gedenken an das Pfingsten vor 2000 Jahren und im Gedenken an das Pfingsten, was noch kommt. Und wenn das kommt, dann kommt Jesus bald. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Doppel safely. Nach. Nach. нач. Vielen Dank.